Luthers Botschaft Befreiung von falscher Abhängigkeit Weder die Kirche in Rom noch jemand anderes kann den Schlüssel zum Himmel verkaufen. 80% der Menschen in Deutschland sind Bauern. Sie leben in ärmlichen Verhältnissen, können weder schreiben noch lesen und jedes zweite Kind stirbt vor dem fünften Lebensjahr. Die Abgaben an die weltlichen Fürsten machen sie wirklich bettelarm. Und da behauptet die Kirche in Rom, den Schlüssel zum Himmel zu besitzen. Wenn du nicht zahlst, kommt deine Seele ins Fegefeuer oder gleich in die Hölle. Die so erpressten Ablassgelder durch den Mönch Johann Tetzel werden aber für weltliche Zwecke verbraucht. Für den Neubau und die Goldverteflung des St. Peter-Doms in Rom. Erst wenn der Taler im Kasten klingt, deine Seele aus dem Fegefeuer springt. Der letzte Groschen in den Kasten und die Kinder können nicht mehr ernährt werden. Sie müssen hungern. Da kommen die 95 Thesen am 31. Oktober des Jahres 1517 gerade zurecht. Die 95 Thesen, die anklagen. Den Schlüssel zum Himmel nämlich besitzt jeder in sich selbst. Das Papier erreichte natürlich den Papst sehr, sehr schnell. Und jetzt begann es. Das Kesseltreiben gegen Martin Luther. Der Erste, der sich zu Wort meldete, war Dr. Eck. Und er verlangte eine Disputation. Und die fand auch statt zwischen Luther und Eck in der Pleißenburg in Leipzig. Aber man ging weiter. 1521 sollte Martin Luther vor den Kaiserstuhl nach Worms. Er solle dort seine Thesen widerrufen. Und er war natürlich sehr, sehr aufgeregt und dachte, ich brauche Rat. Und den Rat holte er sich bei seinem allerbesten Freund und seinem Beichtvater Johann von Staubitz. Dazu muss man sagen, Johann von Staubitz ist seit seines Lebens Katholik geblieben. Und hat Martin Luther als Protestanten immer gute Ratschläge gegeben. Also, wenn man so will, die Begründung einer Ökumene war damals schon zu Luthers Zeiten da. Und das war gut. Und er sagte, Johann Staubitz, Martin, was sollst du denn widerrufen? Nun, ich soll widerrufen die 95 Thesen, ein Sermon über Ablass und Gnade von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche und der Freiheit der Christenmenschen an den christlichen Adel deutscher Nation. Nun, Martin Luther reiste dorthin und sah sich unterwegs von Massen umjubelt, die ihn hofierten und die ihn gerne hatten. Und er sah eisige Gesichter vor dem Kaiserstuhl in Worms. So, und dort sollte er widerrufen, aber Martin Luther bat sich Bedenkzeit aus, denn er wollte das Richtige sagen und damit nicht irgendetwas Falsches andeuten. Immer wieder stellt man mir die Frage, wollt ihr widerrufen? Luther, wollt ihr widerrufen? Nun, ihr Herren in Worms, ihr sollt die Antwort haben. Ich bitte um Vergebung, der ich der höfischen Formen ermangle, aber ich wurde nicht in Palästen erzogen, sondern in der Stille eines Klosters. Man verlangt, dass ich diese Schriften widerrufe, aber sie sind von verschiedener Art. In einigen spreche ich vom Glauben und den guten Werken. Würde ich diese Schriften widerrufen, würde ich gültige christliche Wahrheiten verleugnen. In anderen wiederum greife ich das Papsttum an und kämpfe gegen Männer, die die Christenheit verwirren und die Menschen an Leib und Seele verderben. Würde ich diese Schriften widerrufen, würde ich zum Schild christlicher Bosheit werden. Aller gnädigster Kaiser, erlauchte Fürsten, erhabene Herren. Ich bin nur ein Mensch und nicht Gott, aber ich muss mich wehren, wie Jesus Christus es tat, als er sprach, und ich es auch sage, habe ich übel geredet, so beweise, dass es übel sei. Eine Antwort, ihr sollt sie haben, ohne Hörner und Fähme. Ich muss allein durch die Schrift überzeugt werden und nicht von Männern, die sich laufend geirrt und widersprochen haben. Ich bin gefesselt an meinen christlichen Glauben und die ewig gültigen Worte der Bibel. Mein Gewissen. Ja, mein Gewissen ist fest gegründet im Worte Gottes. Und gegen das Gewissen zu handeln, ist weder recht, noch ist es ratsam. Und deshalb, ich kann nicht und ich werde nicht widerrufen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Amen. Luthers Gedankenwelt hat wohl auch die Nonnen in den einzelnen Klöstern aufgerüttelt. Kloster Nimmschen, dort war ja als Nonne Katharina von Bora ansässig und elf dieser Nonnen verließen das Kloster mit einem Planwagen eines Togauer Ratsherren in leeren Heringsfässern. Drei stiegen vorher aus und gingen zu ihren Verwandten und die anderen reisten nach Wittenberg zu Luther und er kümmerte sich um sie. Und das Kümmern heißt, er wollte sie unter die Haube bringen, also verehelichen. Auch für Katharina von Bora hat er einige Herren auserwählt, zum Beispiel Hieronymus Baumgärtel, aber Katharina von Bora meinte, nein, den nehme ich nicht. Und dann den Rektor der Universität, Dr. Kasper Glatz, und den bezeichnete sie als hochnäsig und falsch. Und dann meinte sie etwas, was in der Zeit Martin Luthers, also vor 500 Jahren, völlig unüblich war. Sie sagte, wenn ihr, Dr. Martinus, um mich anhalten würdet, euch würde ich sofort nehmen. Es war also ein Heiratsantrag einer Frau an einen Mann in der Zeit der Reformation. Völlig unüblich. Naja, und Martin Luthers sagte, nun gut, ich könnte es mir vorstellen, dem Teufel und den Bischöfen zum Trotz heirate ich euch. Es wird aber keine Liebeshochzeit sein, denn ich liebe euch nicht, aber ich kann euch gut leiden und ich will ein barmherzig Geste an euch tun. Und endlich will ich auch meinem Vater diesen ersehnten Wunsch erfüllen. Und er nahm seine Katharina von Bora zur Frau und sie schenkte ihm sechs Kinder. Und sie lebten glücklich, wenngleich der Martin auch ein Poltergeist war. Er war eben ein Prediger und ein Wissenschaftler und ein Denker und ein Hinterfrager. Aber er war ein wertvoller und guter Mensch. Die letzte Predigt hält Luther am 5. Februar 1500 und im 46. Jahre nach Christus unseres lieben Herrn Geburt für die Unwissenden 1546 zu Eisleben am 6. Sonntag nach Epiphanias. Der schon vom Tode gekennzeichnete Reformator nimmt aber feierlich Abschied von seinen lieben Eislebenern. Heute feiern fast 600 Millionen Menschen den Gottesdienst so, wie Martin Luther ihm Gestalt verlieh. So, meine Damen und Herren, das war's. Eine kurze Begegnung mit Martin Luther und einige kleine Episoden aus der Reformationszeit. Es war sehr angenehm und ich sage, mein Kanal 9, den lobe ich mir. Es ist ein schöner Ort. Die Menschen sind sehr freundlich hier. Darauf mein Lutherwort. Ich verabschiede mich. Machen Sie es gut. Und heute war für mich der schönste Fernsehtag der Woche. Machen Sie es gut. Ihr Norbert Hain aus Mittelsachsen.